Es ist krass windig. Wieder! Oh mein Gott! Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bin ich hier in der Schule, wie ihr es sehen könnt. Weil wir drehen heute für die Banking AG einen kleinen Imagefilm und Erklärungsvideo für Aktien. Deshalb habe ich auch ein bisschen Equipment mit. Hier mein Gimbal. Hier noch Greenscreen dabei. Licht. Aber ich muss jetzt erstmal in den Unterricht. Ihr seht schon, es ist 9.38 Uhr. Es ist 9.38 Uhr. Um 9.40 Uhr beginnt der Unterricht. Das heißt, jetzt muss ich erstmal zum Musikunterricht. So Leute, was läuft, was läuft. Heute neue Videos mit der... Ähm, wir machen das jetzt auf dem SCP-Kanal. Zehner. Matteo, wenn du das siehst, du bist ja ein braver Junge. Ich würde dir gerne wissen, wie man die Kamera wechselt. Aber egal. Luis, musst du noch was sagen? Okay. Gute Arbeit, Jungs. Unterricht ist jetzt vorbei. Ihr könnt jetzt nochmal sehen, wie ich im Unterricht einmal die Drohne gestartet habe. Ach so. Und wir sind jetzt hier im Raum der Banking AG. Hier seht ihr es. Das wunderschöne Logo der Banking AG. Und wir drehen jetzt das Video. Haben auch gerade nochmal ein bisschen die Drohne hier in der Schule getestet. Und jetzt essen wir erstmal Pizza. Ha. So, äh, Essen fertig. Jetzt muss erstmal aufgeräumt werden, dass wir die ersten 10 drehen können. Zum Glück hat man hier ein bisschen Hilfe und muss nicht alles alleine aufräumen. Wir müssen zu uns gucken. Digga, es ist gerade krass windig. Digga! Oh! 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 So, wir fliegen jetzt ein bisschen Drohne hier ein bisschen für, äh, ein bisschen, ja ein bisschen, ein bisschen für Banking AG. Okay, wir machen eine Aufnahme von der Schule, wir können 15 Meter hier mit gerade hochfliegen, eigentlich 30 habe ich 15 gestellt. Aber ihr seht hier, wie perfekt nah ich an dieser Wand gelandet bin. Film mal, Oskar, wie das aussieht. Und natürlich kann ich gerade nicht mit meinem Handy filmen, weil mein Handy ist hier. Deshalb haben wir hier Handy von, von jemand anderem. Ha, ha, ha. Oh, wir können so die ganze Schule verblieben. Okay, natürlich. Los, Matthias, mach mal, das ist anstrengend die ganze Zeit so. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020